hallo und herzlich willkommen zurück hier bei neo 2 remastered mein ton stimmt endlich guck mal wie ich heute aussehe ich habe mir einen wunderbaren spitzen schildkrötenpanzer aufgesetzt er ist es nur da sind wir jetzt das sind wir leider nicht wir sind die gute hedi und die gute hedi ist irgendwie nur am sterben grad aber das gute ist ich habe jetzt wieder ton normalen ton also nicht so lautem ton ich kann meinen ton wieder beherrschen und das heißt ich kann auch diesen kampf beherrschen da stelle ich mir ganz bescheuert vor keine ahnung wenn du nichts hörst und du musst dich hier irgendwie verteidigen das ist doch kacke so den will ich umbringen das kann ich wir holen mal den hier nebenbei zurück das wäre ja gar nicht so geplant vielleicht sollte ich doch niemanden mehr zurückholen während ich hier kämpfe wo ist mein so macht das mal ich muss mal hier was einsamen gehen ich habe hier was gesehen das brauche ich kräutermedizin auch ich hasse die das weiße ich kann ich kann aus ich kann nicht dass ich kann ich kann ich kann ich kann so ich kann Oh, was ist hier los? Da hat er bloß Oh, nein, ich habe jetzt überhaupt nicht drauf geachtet Verdammt Nein, wie oft ich einfach gerade sterbe, das ist ja schrecklich Ja Wo ist denn hier jemand? Mach du die Schlangenfrau, ich mache das hier Oh, nein! Oh, nein! Oh, nein! Okay, ein bisschen Geld gibt es ja wenigstens da, oh no? Blop! So, oder so eine. Nein, nicht mich angreifen. Nein, 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 nein. Alter! Ich bin hochgradig enttäuscht von mir. Ich meine, so kann man natürlich auch Amrita und Geld sammeln, aber das bringt jetzt halt... Also, so viel ist das jetzt aber... Kann ich hier noch irgendwas einsammeln? Ich nehme jetzt überall zu. Wo denn? Agar. Kleine, minderwertige Kreatur. Jetzt habe ich irgendwie Lust, Herr der Regne zu gucken. Hat mich trotzdem noch getroffen. Blöder Typ, ey! Okay. Wo denn? Da. Enki ist da. Okay, wir haben Elixirbezogen bekommen. Oh. Oh, warte mal. Oh nein. Oh nein. Ah, du Dreckviel. Natürlich bist du mir das schuldig. Endlich. Nein, lass mich in Ruhe. Oh. 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 Ich darf nicht, dass ich da drinnen gehen. Nee, nee. Du bleibst da vorne. Oh Gott. So, wer geht uns jetzt noch auf den Sack? Ja, wir sind jetzt noch auf den Sack. Oh, alter Ticks. Ach, das war einfach nur so hier, oder was? It's J.Cree. Oh, man, oh, man. Alan Iverson, Alan Iverson, 18? Nein. Schuft. Gut, hier haben wir noch einen, und dann gehen wir mal weiter, würde ich sagen. Timmy. Okay, wir müssen doch was essen, schade eigentlich. Hä, pennt der? So. Jo, Riki, Beinschien. Jetzt können wir weitergehen. Oh, wir gucken mal schnell, ob ich irgendwas Neues habe. Oh, Rufpunkte sind gestiegen. Hier, UKI-Fähigkeitsschaden, Seenkerbilanz, Anima, Anima-Ladung, das da. So. Hier, Lunden. Ne, Blauring habe ich nichts. Lunden-Schloss. Oh, Kumitomo-Gewehr. So. Helm haben wir nichts. Hier hat man Yoraki, Yoriki, Kuras. Erlittener Schaden, Hinterhalt. Wie nehmen wir das da? Ähm. Autoregeneration ist nämlich sehr gut. Da kann man das Fährmanns. Wie sollen wir das hier? Schaden, Giftschutz. Ich habe einen Giftschutz drauf und ich werde trotzdem vergiftet. Ist irgendwas Neues? Kudama-Gespür. Hier. Wasser-Oma-Mori. Auto-Grabbergung. Der hier. Elixier-Wirksamkeit ist eben halt sehr gut. Wasserschutz, Kudama-Gespür, Amrita-Bilanz, Überschwemmung, Ansammlung. Was heißt das? Ein Säkchen, das Göttingschutz bietet. Hm. Verhalten Sie erst mal. Okay. Ich hoffe einfach mal. Oh. Steine nicht geworfen. Boah, nee, ey. Greif sie an, bevor sie mich angreift. Diese Mission ist echt anstrengend. Oh nein. Oh, bitte nicht. Oh. 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 Okay, gut. Wir können direkt durch. Och ja, ich kann mir mal einen Seelenkern mitnehmen. Bist du doof? Blöde Kuh. Ich wollte mir den Seelenkern mitnehmen. Oh. Oh Mann. Was haben die denn nur alle? Ja. Oh, Mann, Mann, Mann. Darf man hier gegen niemanden mehr kämpfen? Wieso darf man nicht? Ach, wie soll ich mit ihm sprechen? Oh nein, ach so, die Quest ist schon zu Ende. Verdammt. Danke, dass du dich um sie gekümmert hast. Jetzt muss ich nichts mehr... Oh, war ich gerade langsam. Oh, Mann, oh, Mann. So. Ah, danke. Ja, das ist das Stück. Ein Yuki, der einen Kappa für sich stehlen lässt. Das gibt es auch nicht alle Tage. Aber ein starker Yuki, der einen Schwächeren bedrängt und ihn für sich arbeiten lässt, irgendwie erinnert das schon an die Menschen, oder? Aber ich werde nicht zulassen, dass so etwas in meinem Gebiet noch einmal vorkommt. Ich bin schließlich noch immer der Stärkste von allen. Ja, habe ich gesehen. Du hast ständig gewartet, du hast meine Taktik gemacht. So, wir gehen das mal hier hin. Machen natürlich ein Level-Up. Ah, jetzt gibt es auch noch hier nur noch eins. Na gut, wir machen das da. Jo, und dann würde ich sagen, wir gehen mal zum Dojo. Denn wir haben hier Weg des Omnio... Nee, Weg des Kriegers, Schüler. Tsukahara Bukudin. Es wird Zeit für eine weitere Lektion. Deinen Bewegungen nach zu urteilen, scheinst du die Grundlagen der Verteidigung meistert zu haben. Das halte ich jetzt für ein Gerücht. Doch jetzt wirst du Neuland betreten. Ich trete gegen dich an, greife mich an und halte nichts zurück. Oh Gott, 59. Äh, könnte nichts mehr haben. Nein. Ich bin voll schnell, weil ich das rein bin. Bäh. Informationen zum Blutigen Grab, Segenkrab nicht klar. Nee, was? Ah. Geh. Geh. Oh, Wasser. Hä? Bäh, ey. So, hätte ich jetzt nicht gedacht, aber okay, haben wir geschafft. Er hat prächtiges Haar. Er könnte mein Vater sein. Ich habe seine Locke. Du stellst auf jeden Fall eine vollendete Schwertkunst unter Beweis. Mehr als genug, um dich auf dem Schlachtfeld zu beweisen. Dir fehlt zwar noch der letzte Schliff, den wirst du aber sicherlich nach einigen Schlachten haben. Also, ich freue mich auf unsere nächste Sitzung. Oh, und pass auf, dass du nicht vorher stirbst. Ich bin schon sehr oft vorher gestorben. Der Herr. Aber das ist gar kein Problem. Jetzt können wir nämlich hier irgendwas machen, gell? Jetzt habe ich doch hier irgendwas gemacht. Der Weg des Kriegers Neuling. Wollt ihr hier irgendwas anderes? Warte mal. Hier. Gab's hier nicht? Ach, hier. Mist, ich hab nichts mehr übrig. Kegge. Okay. Dann halt nicht. Habe ich irgendeine Locke, die ich essen kann? Locke eine Samurai. Na bitte. Was soll das? Oh, na wie kacke. Ich muss erst das hier machen. Oh, und da muss ich erst das machen. Das ist doch kacke. Jetzt habe ich keine Locken mehr, die ich essen kann. Buch der Rege Inkarnation. Ganz schön viel Krempel, gell? Kann ich eigentlich... Nee, zum verborgenen Tierhaus kann ich noch nicht. Welche Stufe haben wir? 52. Ist aber auch gut. Also hier haben wir jetzt alles durch. Das haben wir auch gemacht. Das ist unsere Hauptmission. Wir hätten jetzt hier noch was übrig. Und hier. Also ich glaube, wir machen ein heißblütiges Heulen als nächstes. Aber ich würde auch sagen, dass wir jetzt erstmal diese Folge beenden. Vielen Dank, dass ihr dabei gewesen seid. Ich wünsche euch einen wunderbaren Tag. Bleibt gesund und bis morgen. Tschüss.